Hallo ihr Lieben, heute ist der 28. August und wir schauen mal wieder in die Karten von Doreen Virtue und sehen, was der heutige Tag für das Kollektiv so bringt. Eine Tageskarte für das Kollektiv für den 28. August, bitte. Tageskarte für das Kollektiv, bitte. Und wir haben schon eine, und zwar, das ist die Ten of Cups, die Zehn der Emotion. Und hier steht, das Leben segnet dich mit einer wunderbaren und liebevollen Familie. Großes Glück und emotionale Erfüllung warten auf dich. Harmonie mit den Menschen, die du liebst, ist dir sicher. Indem du anderen Vergebung, Verständnis und Freundlichkeit zeigst, wirst du mit bedingungsloser Liebe belohnt. Na, das ist doch etwas ganz Wunderbares. Also alle unsere Beziehungen, egal ob in der Liebe oder Freundschaft, werden durch diese Karte einfach positiv beeinflusst. Und das ist doch eine super Nachricht für den heutigen Tag. Wenn es dir gefallen hat, lass mir unten ein Like und klick vielleicht auch auf den Abonnier-Button. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen zum nächsten täglichen Reading. Tschüss! 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 Vielen Dank.